Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5. Wir sind wieder da. Heute ist Dienstag, der 6. Februar und das sind unsere Themen heute. Schon wieder brennen Gartenlauben in Wolfsburg. Es hört einfach nicht auf. Es gibt fiese Eierdiebenpeine. Und Rekorddefizit beim Braunschweiger Klinikum. Wir wissen irgendwie gar nicht so richtig, was wir noch dazu sagen sollen. Es hat schon wieder in einer Wolfsburger Kleingartenanlage gebrannt. Und seit Dezember ist das ja irgendwie an der Tagesordnung, muss man traurigerweise fast sagen, ständig brennender Gartenlauben in den unterschiedlichsten Vereinen. Also wir haben in unserem Artikel auf Wolfsburger Nachrichten.de mal so eine Karte erstellt, wenn euch zum Beispiel interessiert, wo genau es schon überall gebrannt hat. Es gibt es gar nicht. Also heute Morgen gegen 9.40 Uhr haben Zeugen in Fallersleben Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen, so wie es schon gefühlt hunderte Male passiert ist. Die Laube war nicht mehr zu retten und gegenüber haben die Einsatzkräfte direkt den nächsten Brand bemerkt. Sie vermuten, dass die aber schon, dass die Brände schon heute Nacht gelegt wurden und das Feuer sich nur noch nicht so richtig ausgebreitet hat. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig in die Haut der Gartenbesitzer reinpassen. Also da muss ja eigentlich in Wolfsburg die nackte Angst umgehen. Das ist fürchterlich, ja. Wir haben nach dem letzten Brand in der letzten Woche, also es war erst letzte Woche, haben wir mit einigen Gartenbesitzern gesprochen. Alles Geld und Liebe, was man da reingesteckt hat. Innerhalb von ein paar Stunden alles weg. Wir sind natürlich erschüttert über diese Kaltschnäuzigkeit und Brutalität dieser Brandanschläge. Also wir appellieren eigentlich etwas an die Brandstifter oder Brandstifterin oder die Gruppe, sich Gedanken zu machen, was hier passiert. Ich kann das total gut verstehen, vor allem so ein Kleingartenverein ist ja eigentlich so ein Ort der Ruhe und Zuflucht, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und da in Wolfsburg ist das halt jetzt komplett das Gegenteil. Keiner kann sich mehr sicher sein, wenn man am nächsten Tag in der eigenen Parzelle vorbeischaut, wie das da dann noch aussieht. Alle Infos rund um die Brände in Wolfsburg findet ihr übrigens auch immer aktuell in der News-App von Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten gibt es im App Store und im Play Store. Wer von Braunschweig günstig zum Beispiel nach Hamburg oder Berlin wollte oder will, der konnte dafür bisher immer auch Flixbus fahren. Eine von vielen Optionen. Diese Zeiten sind jetzt zum Teil zumindest allerdings vorbei oder ja, das Angebot wird einfach ein Stück weit eingeschränkt. Flixbus stellt nämlich eine Linie ein, also die ist täglich zwischen Hamburg und Berlin hin und her getingelt und auf dem Weg hat sie auch in Soltau angehalten, in Bergen, Zelle, Braunschweig, Magdeburg, also alles, was hier so rundherum lag oder liegt, sind ja nicht weg. Jetzt wird diese Linie eingestellt und das Ganze zeigt, dass es Flixbus in Deutschland nicht mehr ganz so gut geht, wie es aussieht. Die Nachfrage ist gesunken, vor allem auch wegen des 49-Euro-Tickets. Flixbus findet das natürlich unfair, so ausgebremst zu werden und ja, dass die Bahn durch die Regierung diesen Vorteil hat und Flixbus kann davon überhaupt nicht profitieren. Die Linie, die eingestellt wurde, die wurde übrigens von einem Helmstädter Busunternehmen, Fuhrmann heißt das, weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere Betrieben und die haben dadurch, dass das jetzt eben nicht mehr der Fall ist, natürlich auch Probleme. Also sie müssen vielleicht Busfahrer entlassen und verlieren natürlich auch einfach eine Menge Geld. Ja, das tut sicher weh. Bis zum 8. Februar fahren sie auch die Helmstädter Flixbusse zwischen Berlin, Braunschweig und Hamburg. Danach gibt es allerdings schon noch ein paar andere Verbindungen. Nach Hamburg zum Beispiel kommt man mit dem Flixbus in der Regel mindestens zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends von Braunschweig aus nach Berlin noch deutlich öfter. Also da fahren wirklich mehrere Busse. Es ist jetzt nicht mehr so, dass Flixbus gar nicht mehr von Braunschweig nach Berlin oder Hamburg fährt. Das Braunschweiger Klinikum rechnet in diesem Jahr mit einem Rekorddefizit, kann man sagen. Natürlich wurden zum Jahresbeginn da jetzt auch Wirtschaftspläne und sowas erstellt und die zeigen einfach 2024 fehlen dem Braunschweiger Klinikum 53,5 Millionen Euro. Das ist so viel wie noch niemals vorher. Spannender Fakt an der Geschichte ist, finde ich, dass Andreas Göpfert, der Geschäftsführer des Krankenhauses, sagt, dass allein 30 Millionen Euro mehr für Personal draufgehen. Zum einen liegt es wohl an Tarifzahlungen und daran, dass das Personal wegen gesetzlicher Vorgaben aufgestockt werden muss. Aber ein Grund ist eben auch, dass es seit der Pandemie generell einen höheren Krankenstand gibt. Allein dafür braucht es in Braunschweig 80 Vollzeitkräfte mehr. Also das muss man sich mal vorstellen. Es sind einfach viel mehr Leute krank und deswegen hat das Krankenhaus keine andere Wahl, als 80 Leute zusätzlich einzustellen. Ich finde das irgendwie auch richtig krass. Also da spielen natürlich irgendwie auch noch ganz, ganz viele andere, auch bundespolitische Sachen natürlich, Gesundheitspolitik mit rein. Wir haben euch das in unserem Artikel nochmal ganz genau aufgeschrieben, wie dieser 53 Millionen Defizit jetzt eigentlich zustande kommt. Und was aber auch schon gespart wird, um möglichst wenig Verlust zu machen. Da geht es wirklich bis an die kleinsten Ecken ran. Zum Beispiel ist jetzt Butter auf dem Brot schon gegen Margarine ausgetauscht worden. Oha, ja das zeigt wirklich, also wenn auf sowas geschaut wird, dann ist es wirklich ernst. Ja, aber also das klingt jetzt irgendwie so lustig, aber mal ganz ernsthaft. Das ist ja ein städtisches Krankenhaus. Also am Ende ist es die Stadt, die diese 53 Millionen Defizit irgendwie bezahlen muss. Die hat ja bekanntlich das Geld jetzt irgendwie auch nicht im Überfluss und muss deswegen vielleicht auch an anderer Stelle sparen. Also ja, wir verlinken euch alle ausführlichen Infos nochmal in den Schaunotes. Ja, ich finde es macht schon einen ordentlichen Unterschied, wenn man so richtig dick Butter aus Brötchen, das ist nochmal was anderes als Margarine, oder? Ich esse weder das eine noch das andere. Oh, du Langweilerin. Ich mag das überhaupt nicht vom Geschmack her. Die kurioseste Meldung des Tages kommt heute aus Peine. Da geht es nämlich ein Eierdieb um. Es gibt ja diese mobilen Hühnerstelle und da ist offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag jemand eingebrochen, hat aber nur die Eier geklaut und die Hühner in Ruhe gelassen. Ja, da fragt man sich, warum? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Also ich meine, die Hühner sind doch das Wettbewerde schon, oder? Ja. Wobei die leben halt auch und stören und sind laut im Zweifel. Ja, aber die produzieren auch Eier nach. Ja. Ja. Vielleicht hatte jemand Hunger auf Noblend oder so. Ja. Sonntagabend. Ich habe auch mal gehört, es gibt ja immer mehr von diesen Hofständen, so wo man durch irgendein Dorf fährt und da kann man sich dann bedienen. Die sind ja alle oder viele sind unbewacht und da sind die Kriminalitäten dann auch, es steigt immer mehr an, dass immer mehr sich da bedienen und dann kein Geld da lassen. Da stehen ja dann so Kassen, wo man reinschmeißen muss und es gibt natürlich auch kein Wechselgeld. Ja, ist ein Problem. Aber die Hühner, so einen Huhn zu klauen, geht ja auch dann immer mit einer Verantwortung einher. Du meinst, da macht sich jemand Gedanken drüber, der irgendwo einbricht? Naja. Über die Verantwortung für Hühner? Ich meine, wenn man möchte, dass die dann weiter Eier legen, muss man sich um sie kümmern und das war dann anscheinend zu viel. Und wir haben noch eine kleine Leseempfehlung. Also wir wissen ja, dass den Braunschweigern und Braunschweigerinnen ihr Wasser wirklich absolut heilig ist. Bald kommt es jetzt nicht mehr aus dem Harz wie bisher, sondern aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Und das hat sowohl bei uns hier in der Redaktion als auch unter verschiedenen, zum Beispiel Social-Media-Posts, Leserbriefe haben wir gekriegt. Es ist wirklich, es ist Aufschrei, wirklich. Und deswegen haben wir uns mal genauer angeschaut, wo denn das Wasser jetzt herkommt im Landkreis Wolfenbüttel, nämlich aus dem Wasserwerk in Börsum. Die Geschichte dazu verlinken wir euch in den Shownotes, um vielleicht auch ein kleines bisschen die Angst zu nehmen. Ja, das Wasser ist top. Also ganz im Ernst, da lassen wir kein Haar dran, zumindest die, oder eher die Börsummer Mitarbeiter dort lassen da kein Haar dran, sagt man das so? Weiß ich nicht, man würde vielleicht sagen, die lassen nichts drauf kommen auf das Wasser. Ja, oder irgendwas, ja, da sagen wir es immer so, das ist ja. Und es gibt kein Haar krümmen, aber ein Haar dran lassen, das ist glaube ich eine Neukreation. Ist auch egal, am Ende wollen wir euch noch einen ganz wichtigen Hinweis mitgeben. Donnerstag streiken die Arzthelfer und HelferInnen. Falls ihr also einen Termin habt, checkt morgen vielleicht nochmal ab, ob die Praxis am Donnerstag auch wirklich geöffnet hat. Genau, liegt natürlich so ein bisschen dran, inwiefern sich da alle beteiligen oder nicht. Weiß man nicht. Wir sind aber morgen und Donnerstag trotzdem für euch da, pünktlich zum Feierabend, versteht sich. Genau, bis dahin, schönen Feierabend euch. Tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020